Hallo liebe Freunde der Online-Unterhaltung und Willkommen zu einer neuen Runde Rogue-Company. Ja, das letzte Mal, beim letzten Mal hat es gut angefangen. Hinten raus hatte ich dann Probleme. Ich habe gesagt, heute, also in diesem Part, spiele ich nur den Ranked-Mode, aber ich habe gerade gesehen, dass der zettellimitierte Modus Wettrüsten noch da ist und da habe ich mir gedacht, komm, eine Runde in dem Modus geht noch, dann spiele ich noch eine Runde Wettrüsten. Eine Runde Wettrüsten. Ja, und danach gibt es Ranked-Mode. Vielleicht schaffe ich zwei Matches, vielleicht eins. Mal sehen. So, ach, endlich wieder Glitch. Glitch for the win. Hey, der hat den, ähm, Weihnachts-Waffenskin. Auf dem Revolver sieht der aber absolut nicht gut aus. Da würde ich sogar den normalen oder den verkromten bevorzugen. Warum gehen die alle nach links? Wissen die immer was, was ich nicht weiß? Vermutlich. Oh, boi! Ich bin wirklich dran. Ah, verdammt. Enemies-Spottet. Hey. Enemies-Spottet. Enemies-Spottet. Acht. Ach komm! Das gibt's auch nicht. Pass auf, da ist noch ein. Ja. Gib. Wenigstens etwas. Nur mal zwei Schüsse, aber das ist schon was. Ja. Schuss. 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 Verdammt. Ach und die lebt auch nur weil sie geholt worden ist von ihrem Kollegen. Schuss. 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 Ich habe Hilfe. Beginn der System Shutdown. Ich bin. Ich habe Hilfe. Oh I Oh, das war schlecht von mir. Alles! Mir fällt gerade ein, das ist der Modus Bettrüsten. Das heißt, hier gibt es eigentlich Waffen, oder wie sollte es überall so gut wie überall Waffen geben? Ah, nein, oh, die ist nicht gut. Oh, das ist nicht gut. So, Freunde, kurze Frage, liegt es an mir oder gibt es hier wirklich fast keine Waffen? Ach, komm. Ja. Ey. Nein, 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 Waffe, bitte. Ah, ich will die, ich will keine Mark vor. Ah, das will ich auch nicht. Warum geht es hier? Warum gibt es hier keine gute Waffe? Ach, schon wieder. Schmutz. Ey, hier gibt es... Ah, eine gute. Eine gute. Oh, ich sehe... Verdammt, ich habe sie gehört. Ich habe sie gehört. Mann. Okay, Freunde. Diese Map ist nicht gut für Wettrüsten. Hier gibt es verdammt wenige Waffen. Und die, die man hier findet, die sind... Die sind nicht gut. Ähm... Ja, dann sehen wir uns in einer Runde Ranked Mode wieder. Bis gleich. Ich bin sogar eher... Oh Gott. Bis gleich. Und wir beginnen mit einer Runde... Zerstörung im... Äh... Im... 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 Im Ranglisten Modus auf der Map. Weiß. Weiß, 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 Ähm... Defend auf Weiß. Ja gut. Ja gut, das muss ich mit Klitsch machen. Boah, aber auf Weiß. Ich hätte auch Envil nehmen können, theoretisch aber praktisch. Ja, die Gegner haben ein volles Angreifer-Team. Das ist absolut nicht gut. Ähm... Das ist absolut nicht gut. Das ist absolut nicht gut. Gut, aus Gewohnheitsgründen gehe ich aber doch zu A, weil ich A besser absafen kann. Obwohl, mit dem Rechtshören wird es heute etwas problematisch. Denn... Rechts bin ich heute etwas eingeschränkt und das hört sich nicht nach rechts an. Das hört sich eher noch von links an. Ach komm. Ja gut, wir haben es geschafft. Hm. Hm. So. Ein wenig Damage habe ich ja immerhin gemacht. Ein wenig. Ein wenig. Wion. Hm. Hm. Ja go! Ja. Ja, komm da, komm da. Ja, komm da, komm da. Ja, komm da, komm da. Ja, 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 komm da. Ja. 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 Und? Dreck. Dreck. Ich glaube, in den Runden, in denen ich zuerst zu WU A gehe, bin ich besser dran. Und zwar, weil ich bei B immer sterbe. Ja. 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 I'm down! Utility out! Need a hand! Next time, finish the job. Enemies spotted! A little help, please! Guess I chose the wrong team! Ugh, I don't... Bomb's active. Find it and defuse it. Shit! Lethal out! Lethal out! Die Killcam hätte ich jetzt sehr gerne gesehen. Weil ich war tot und dann erst ist er aufgestanden. Oh Gott! Nice! Ich bleibere ihn bei nur. Ich bleibere ihn bei nur. Ich bleibere ihn bei nur. Missbra hat auch ein paar Minuten. Ich bin von der Freude. Ich bin von der Freude. Der Freude war. Geh mich auf! Ich bin nicht fertig! Ich brauche eine Hand! Ein bisschen Hilfe, bitte! Ich glaube, ich wähle die falsche Team. Oh, schon wieder! Regroup! Halftime! Wir repositionieren, um Attack! Hm. Attack schön und gut, aber mit dem Team! Oh! So! Ganz ruhig! Ruhig und bedacht vorgehen! Ruhig und bedacht vorgehen! Ruhig und bedacht! Ruhig und bedacht Ruhig und bedacht! Und deswegen rennt man nicht einfach so los. Ich hab's nicht fertig. Das war's. Eins. Eif. 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 Es geht nicht. Ich kann nicht mehr gewinnen. Warum denn? Liegt's an meinem Team? Liegt's an mir? Wohin liegt es? Ich hab keine Ahnung. So, ich hab nicht die geringste Ahnung. Wohin jetzt? Und geh nicht durch die Mitte. Geh nicht durch die Mitte. Okay. Nein, wo geht der hin? Warum? Lethal out. Get me up. You have much to learn. This is what I do. Get me up. Don't drop the time. I'm down. Enemy spotted. Go here. Then wiped out. Oh, Gott. Verdammt. Toll. Enemy down. Matchpoint. Ja. Super. Was soll ich darüber jetzt sagen? Ah. So, auf keinen Fall durch die Mitte. Oh, das ist so blöd. Lethal out. Lethal out. Utility out. Lethal out. I'm planting the bomb. Bomb's armed. See you through. Lethal out. Ach, verflucht. ja gut das schafft sie nicht mehr schade war die beste runde bisher ja 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 noch eine runde 5 eliminierung 7 tode das sind zu viele sind viel 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 zu viele ja gut wir sehen uns dann in der nächsten runde ranked mode hoffentlich auf einer besseren map mit einem besseren team gott die ladezeiten beziehungsweise das match finding niemand spielt my rogue company aber hier sind wir ja nun auf der map icarus eine interessante map auf der ich eigentlich mit mit fixer ganz gut bin aber ranked mode im ranked mode muss ich glitsch nehmen das geht nicht anders ich muss einfach glitsch nehmen im ranked mode ja und ich denke das ist auch die letzte runde für heute für euch und für mich technische ähm ja 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 jahre ja 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 Okay, Strategie, Strategie, ich habe keine Strategie, ich laufe einfach drauf, los, beziehungsweise Talon hat die Bombe, ich laufe ihm hinterher. So, wo hin? 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 Oh. So, wo hin? So, wo hin? So, wo hin? So, wo hin? Wie viel ist eigentlich? Eins? Zwei? Ja, so zwei Sekunden. Plus Minus. Zwischen den Rollen. Das ist auch interessant. Hm. You suck! Lethal out! Lethal out! I'm down! All enemies have been eliminated. Oh, nice. Get back to fighting. Impressive! That actually hurt. Hm. I could have downloaded that. Endlich beginnt das Spiel. Bombs down. Don't leave it behind. I have the bomb. Need help! I have the bomb. Yeah, that's what it is. Lethal out! Lethal out! Enemy spotted! Get me out! Stop slacking off! I'm okay. Beginning system shutdown. I'm in. Need to launch! I'm down! 45 seconds remaining. Get off. Get off. Get off. Get off. Get off. Wow, nice shot. So. Hm. That's a little low tech. Hm, hm, hm. 1, 2 1, 2 1, 2 Ja Gut, 2 Sekunden Warum, warum? Utility, out! I'm planning to... I'm down! We've armed the bomb. Move here! Defend it! Stop clocking off! Where are they? Leto out! Enemy spotted. Leto out! No enemies remaining. Well done. Hm. 3 zu 3. Und jetzt die Defense. Defense, Defense. Hm. Hm, 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 hm. Hm. Ja gut, in der Defense brauche ich die Granaten und das ist ja nicht so stark. Da werde ich eher voll auf die LMPs gehen und dann die Tracker-Patronen holen. So wird's laufen. So wird's laufen. So wird's laufen. So wird's laufen. Die gehen nicht zu B. Surprise, 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 die gehen nicht zu B. Leto out! Wow, nice shot! Shhh. Enemy spotted. Get me off! von rechts, von rechts, von rechts nein, da ist die oh Freunde, der ist gerade aufgewacht der war echt nice der war nice so, runter oh, das sieht nach B aus das sieht ja stark nach B aus ja 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 da ist eine Sintex hinten rein, das wärs gewesen hm da ist eine Sintex rein hm 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 es ist schwierig das muss man so sagen, es ist schwierig okay k die Fröhle aus und die die Oh, das Gift ist nicht so gut. Rein nicht rein, rein nicht rein. Wo waren die in den ersten Runden? B. Zwei gehen mindestens zu B. Die habe ich gesehen. Die sind in den ersten Runden. So, was macht er jetzt? Ich würde sagen, rennt zu A. Da B ist keiner mehr. Geh zu A. Geh zu A. Da ist keiner. Go to A. Da ist keiner. Erwartet es. Aber die waren... Die waren doch gerade noch bei... Wie sind die da rüber? Was? Nice. Hä? Da... Hm. Hm. Was ist das? Oh, verraten. Stop being like baby. It's nothing. Get up! Rebooting. Aye, best I meet. Thanks. All targets eliminated. Great work. Nice. Easy game, easy life. Tja, so sieht's aus. Und da springe ich in die Bäume. So, endlich. Und ich habe einen neuen Avatar, der sehr nice aussieht. Gut. Ah, und knapp mit Glitch nicht das nächste Level erreicht. Aber gut. Aber gut, aber gut, aber gut. Ja. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Also im nächsten Part von RoCompany. Bis dann. Ciao. Und ich hab's mir anders überlegt. Es gibt noch eine Runde. Ähm. Ähm. Keine, äh, Runde im Ranked Mode. Nein. Eine, äh, ganz gewöhnliche Runde Zerstörung. In der Fabrik. Ähm. Eine ganz gewöhnliche Runde Zerstörung. Deshalb, weil ich noch, ähm, so ein, zwei Charaktere auf Meisterschaftsstufe 1 bringen muss. Und... Und... Ja, das will ich... nicht... ... 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 das gerade ein aufgeben ding das will ich nämlich absolut nicht hören selbst wenn wir gegen vier spieler spielen selbst wenn wir gegen vier hochgelevelte spieler spielen mit extremen offensiven charakteren selbst dann will ich das nicht hören das war tatsächlich das aufgeben wir spielen tatsächlich nur gegen drei und jetzt sind wir zu viert ok irgendwas 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 stimmt hier nicht so ganz fürchte ich ja watch and learn i'll show you how it's done ja gut da will ich auf jeden fall auf die ak gehen und die granate ja gut ich gehe definitiv zu a auf dem herr gehe ich zu beginn immer zu a meistens spiele ich nur mit einem anderen chance die gegner haben aufgegeben ja wow wow toll ja gut dann war's das doch schon für diesen part und wir sehen uns dann beim nächsten mal ciao so auf ein neues das mit dem ende des parts habe ich mir noch mal überlegt ja noch mal und ich will die runde jetzt noch machen und wenn es im gefängnis sein muss gefängnis ja gut wir haben einen glitsch einen trench talon ich nehme ronin warum nicht vor Ort und die die schlag nicht mehr gesehen irgendwie spielt die keiner online also klar natürlich online was spielt die sondern aber wie spielt die fast keiner überraschende reise Als ich die Trailer gesehen habe, habe ich mir so gedacht, ach du Schande. Die wird bestimmt jeder haben. Und in jeder Runde wird jetzt irgendwer mit ihr hier irgendwie irgendwo umrennen. Aber tatsächlich ist es nicht so. Hm. Tatsächlich ist es nicht so. Tatsächlich ist es nicht so. Enemies spottet. Ach verdammt, Litch. Enemies spottet. Steel Cup. Weissel Cup. Enemies spottet. Weissel Cup. Nice. Ah, und da liegt sie. Mit ihrem tollen Waffenskin. So, dann, 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 dann hole ich mir die AK und die Granati. Ja. Ja, ja, ja. Hm. Hm. So, und da geht es. Lethal out. Shields up. Out. 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 Nice. Nice. Oh, ha. Zwischen der Luft geholt. Bam. Ja, da habt ihr jetzt den großen Nachteil von Sigrid gesehen. Man kann über sie drüber springen und ihr von oben Schaden machen. Beziehungsweise, wenn sie steht, kann man auf ihre Füße schießen. Hm. Ähm. Deswegen ist sie zum Vorrennen auch nicht gut. Ja. Gut ist sie höchstens für, 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 ähm. Um. They'll love this. Ich hab doch gewusst, dass ich einen... Oh, shit. Ja, gut, aber das haben sie. Das haben sie, easy. Ja. Mhm. Ja. Ach ja, das gute alte Statement, das man setzen will. Na dann, runter und raus. Ich geh jetzt auch gleich zu B. Direkt. Und setze... Hier mit dem Messer hin. Jetzt hab bloß, dass die zu A gehen. Oi, oi, oi! Ach, verdammt. Ach, verdammt. Ja, gut. Das wird hart. Okay, zwei gegen ein. Das ist verdammt schwer, aber schaffbar. Hol dir die Samtex. Hol dir die Samtex. Warum lässt er die Samtex liegen? Gut. Das ist doch nicht die... ...Handwaffe aus. Lethal out! Bombe aus. Schade. Schade, schade. Zufall, ja bohän jetzt. Von rechts höre ich halt nichts. Mach zu, mach zu, mach zu, mach zu, mach zu. Ich bin so nett. Ich bin so nett. Sie uns zerrt. Mal wiederholen. Mh-hm-hm-hm-hm-hm-hm. Mein Lieblings- Toll, jetzt muss ich mit ihr hier auf Distanz spielen. Kann ich überhaupt nicht. Ich habe eine Hand. Ich habe eine Hand. Verflucht! Da war er, da war er. Den hat er gesehen, oder? Klar schon. Ja, den hast du gesehen. Geh da nicht hin. Er muss zu dir kommen. Geh da nicht hin. Geh da nicht hin. Geh da nicht hin. Geh da nicht hin. Ja, aber er muss kommen und... ...muss ihn eigentlich auch killen, aber das schafft er nicht. Hat er sich so gedacht, ne? Schande! Geh da nicht hin. Wir attacken jetzt. Schau ihn hart. Geh da nicht hin. Geh da nicht hin. Geh da nicht hin. Geh da nicht hin. Oh. Geh da nicht hin. So, wo werden sie hingehen? Geh da nicht hin. 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 Ja... Alles klar! Verdammt verdammt verdammt! Verdammt! Ich hätte rein rennen! Verflucht! Ich hätte, glaube ich, insgesamt eher bei ihr bleiben sollen. Verdammt! Verdammt! Oh shit, den holt er, den holt er! Okay. Affirmative! Angelegenheit! 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 Okay. So, das war Runde für, äh, acht. Also Runde vier, die wir gewonnen haben. Das wird ein Statement machen. Nice! Nice, nice, nice! Ah, ich hätte vielleicht noch... Oh! них 근.. Hmm, hmm... Wir haben wieder die Bombe, behöver du different? B-b-bomba D-bomba Buhin-billa G-tcha Oh nice Oh nice Oh 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 Ich liebe dieses Spiel Es ist so toll Aber leider Leider spielen es nicht so viele Zur Zeit Aber es ist schon echt nice So Wohin jetzt Hey Hey Bomb dropped Als Abwas Dost Wohin 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 Interessant Ja gut, das schafft er nicht mehr. Kann es sein, dass man, wenn man ähm... Eins losrollt, dass man dann ähm... Ja gut, das schafft er nicht mehr. Okay, die eine noch. Komm, die schaffen es. Die schaffen es. Aber mach doch nicht diesen! Na gut, gewonnen. Ja gut, das ist ein guter Statement. Oh, und das hier. Das ist tatsächlich auch kein so schlechtes extra, nur ich spiele wenig Charakter, bei denen sich das extra... Also, ich spiele wenig Charakter, die das extra wirklich kaufen können. Und wenn ich dann mal einspiele, der es kaufen kann, vergesse ich mit hoher Wahrscheinlichkeit drauf. So. So, von hier kommt schon mal keine. Okay. So, von hier kommt einfach. So. 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 Nice. I love it. You thought I was gonna lose? Yeah, right. Good finder. I love it. Das war's dann wieder mit einer Runde Rogue Company. Mich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dann und ciao.